Ja, Happy Halloween meine Lieben und damit herzlich willkommen zu diesem Video. Heute gibt es nur ein winzig kleines Halloween-Video, wo ich eine kurze Bildbearbeitung zeige. Und zwar von diesem Foto hier. Ja, das hatten wir vor einem Jahr im Europa-Park aufgenommen mit der Europa-Park Halloween-Deko. Und man sieht da Michelle im schwarzen Kleid mit einer riesigen Spinne. Und ich dachte mir am 31. Oktober um 15 Uhr, ich mache jetzt ganz kurz ein Video, wie ich dieses Bild bearbeite. Und hier sieht man auch schon den Anfang. Ich habe mit KI angefangen, die einzelnen Elemente auszutauschen und den Hintergrund auszutauschen. Und ich dachte einfach, was kann ich in einer Stunde Bildbearbeitung erreichen? Und hier seht ihr dann in diesem Video eine Stunde Bildbearbeitung. Wie ihr seht, habe ich erstmal den kleinen Kram überall mit KI weggemacht und hier und da ein bisschen ausprobiert. Zum Beispiel diesen Kürbisch mit Gesicht, was mir aber dann nicht so gefallen hat. Dann habe ich den Boden ein paar Mal ausgetauscht. In so einem matschigen Boden. Und dann dieses Loch da gefüllt. Dann habe ich einmal versucht, so Halloween-Kürbisse einzubauen. Die haben mir dann aber nachher, wie ihr seht, doch nicht so gut gefallen. Habe ich jetzt aber erstmal gelassen. Und dann habe ich das ganze Bild etwas abgedunkelt, wie ihr es hier sehen könnt. Und bin dann praktisch mit einer Maske hingegangen und habe das wieder in den Originalzustand aufgehellt. Und zwar, als würde das Licht von links oben kommen. Weil ich finde, im Original sieht es auch ein bisschen so aus, als würde das Licht von links oben kommen. So. So weit, so gut. Dann habe ich eine neue Farbebene angelegt und zwar in so einem hellblauen Babyton. Und habe dann jeweils immer so eine Auswahl gemacht und der Auswahl entlang gezeichnet. Also beziehungsweise die Maske umgedreht, dann der Auswahl entlang gezeichnet, um eben so eine Kante zu bekommen. Wie ihr sehen könnt, ja. Also das heißt, man nimmt die Farbebene, macht eine Maske, macht die Maske komplett auf schwarz und dann malt man Auswahlen rein. Zum Beispiel mit der Maus oder mit dem Pen-Tool und macht dann jede Kante so ein bisschen heller. Also eigentlich sehen wir jetzt hier nur ein Stückchen der Farbfläche, die ausgeblendet ist und dann wieder eingeblendet. Und ihr seht es, ich habe dann einfach mit wirklich ganz grob, ganz richtig grob, mit der Maus einfach diese Formen ungefähr nachgezeichnet, wie da das Licht fallen könnte, wenn es denn von links käme. Und habe da einfach grob mal hingegrippelt, wie der Lichtfall sein könnte. Ja, und dann muss das Licht ja auch irgendwo herkommen. Das habe ich so eine Art Lichtquelle hingemalt. Und die Michelle hat auch noch eine leichte Lichtkante bekommen, und zwar am Kleid und auch am Arm. Also es ist wirklich super easy. Einfach eine Farbfläche nehmen, Maske drauf, umdrehen und dann einfach mit Weiß wieder reinmalen. Und damit man eben diese harten Lichtkanten bekommt, habe ich immer eine Auswahl vorher gemalt, bevor ich reingemalt habe. Ja, und dann auch noch ein paar Bäume angemalt, damit wir eben überall dieses stimmige Licht von links oben haben. Ja, dann habe ich gedacht, hä, die Spinne hat noch leuchtende Augen. Das fände ich auch noch cool. Und dann habe ich so ein ähnliches Prinzip wieder gemacht. Also eine Farbebene, Maske gemacht, alles ausgeblendet und dann wieder mit den Auswahlkanten eingeblendet. Dann hat mir die Farbe nicht gefallen und ich habe es in Orange gemacht. Ja, so weit, so gut. Gut, dann habe ich noch mit dem Dutch & Burn, also beziehungsweise insgesamt alles abgedunkelt und mit dem Camera Raw Filter noch ein bisschen die Farben angepasst, wie ihr hier sehen könnt. Und dann dachte ich, ich mache mit KI noch schnell so einen Mond rein, weil irgendwie dieser helle Blob irgendwie auch blöd aussieht. Und dann dachte ich, ach ja, ich mache noch ein paar Bäume vorne dran. Das hat aber nicht so gut funktioniert. Dann habe ich halt meine alten Bäume von vorher wieder rausgepackt. Die waren aber zu hell. Dann mit einem Pinsel kurz ein bisschen drüber gemalt. Und dann ist mir aufgefallen, aber dann müssen die anderen Bäume ja auch noch eine Lichtkante haben, die vorne dran stehen. Der Boden übrigens auch. Ja, und dann habe ich das ganze Bild mit KI nochmal ein bisschen erweitert. Und dann wollte ich noch so einen Nebel reinmachen, aber das hat irgendwie nicht ganz funktioniert. Dann habe ich so ein paar verschiedene andere Sachen ausprobiert. Hat mir auch nicht so gut gefallen. Und dann bin ich zu Enverto Elements gegangen und habe mir einen Nebel runtergeladen und den habe ich dann eingeblendet. Ja, und so sah dann mein Nebel aus. Den habe ich ein bisschen farblich angepasst. Und ja, hier sieht man das Vorher-Ergebnis und hier sieht man das Nachher-Ergebnis gleich auftauchen. Das war jetzt eine Stunde Bildbearbeitung, natürlich mit KI-Unterstützung, sonst wäre das nicht möglich gewesen. Und natürlich ist es total unsauber, aber ich wollte einfach nochmal gucken, was ist in einer Stunde möglich. Zudem hatte ich ja auch nicht mehr Zeit als eine Stunde, weil ich ja irgendwie erst am 31. Oktober um 15 Uhr gedacht habe, ich muss jetzt noch ein Video machen. Also ich hoffe, dieses winzige Mini-Video hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen, Wünsche, Anmerkungen oder sonst irgendwas habt, gerne in die Kommentare damit. Und sonst wünsche ich euch natürlich Happy Halloween und wir sehen uns im nächsten Video.